Premiere, Premiere, Premiere für Elke Winkens zum allerersten Mal in der 289. Folge. Wo warst du die 288 Folgen? Wir haben auf dich gewartet, du kamst nie. Ich war ein Jahr in Deutschland und bin mir wieder sehr sympathisch. Ich muss sagen, ich habe für internationale Filmprojekte genug zu tun gehabt, dass wir diese Pimperl-Sendung an der Pimperl-Sendung haben. Aber ich wollte nicht, dass du so im Schaden stehst. Das Thema der heutigen Sendung? Weltchipstag. Den hattest du schon öfter. Was gibt es Neues und nicht das Günter-Leiner-Bashing? Wo ist jetzt das Thema? Und was ist die Frage? US-Wahlen gab es noch keine. Aber ich mach das schon. Da wurde eine illustrierte Ausgabe des Märchens Rotkäppchen von der Polizei beschlagnahmt. Warum? Ich hab nicht wirklich zugehört. Es war eine richtige Ausgabe, ein Kinderbuch eigentlich. Ein Rotkäppchen im Original. Das waren sieben Zwerge und die haben nur sechse Zeichen gekauft. Das sind keine Zwerge. Das sind keine Zwerge bei Rotkäppchen. Hallo, Rotkäppchen. 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 Du bist ja auch Burgenländer. Ja, jetzt drum sag ich ja. Entschuldigung, es war ein Missverständnis. Es war ein Missverständnis. Warte, das ist heute ein Integrationsabend. Zwar Burgenländer, ein Biefkeh, das ist ja Wahnsinn. Das war's. họ oder what? Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja.